Hallo, hier ist Ronja und ich bin dieser kleine Hamster, okay? Ich habe hier geschlafen und unter mir ist die Easy, die sich leider nicht Easy nennen konnte, weil das ein Schimpfwort angeblich ist. Deswegen heißt sie jetzt Easy mit E. Hallo, du bist süß. Oh mein Gott, a dog. I am an English speaking Hamster. I only speak English. Hallo. Komm her, komm her, komm her, Ronja. Wir müssen hin zur Rutsche. Ich glaube, das ist keine Rutsche. Ich glaube, das ist ein Laufrad. Oh, hier ist eine Rutsche. Rutsche. Rutsche, rutsche, rutsche. Steck fest. Ich auch. Oh mein Gott, ich bin fett. Nein. Nein. Oh Gott, ich muss erst mal zum Frühstück rollen. Wir müssen weniger essen. Wir müssen wirklich mal aufpassen. Oh, wer ist das denn? Hier ist ein Hamster-Stack. Das ist deine Freunde. Geschwister. Meine Hamster-Geschwister. Willst du das nicht? Äh, doch. Lass uns mal. Ekelhaft mal wieder. Ausbrechen. Ja, ich bin auch richtig stinkig. So, das ist richtig doof hier. Blödes Essen. Ich hasse es als Hamster. Lass uns ausbrechen, komm. Okay, wo wollen wir hin? Warte, lass gucken erst mal, wer von uns mehr gegessen hat und wer schwerer ist. Oh, ja, ja, ja. Gute Idee. Hier, ich komm rauf. Okay, ich denke, die Lage ist eindeutig. Ich hab mir vorhin ganz schön den Bauch voll gehauen, aber ich bin schwerer als die Beine. Das kann doch nicht sein. Nein. Ich möchte nicht mehr gucken, wer mehr gegessen hat. Die Besitzer sind auch einfach abgehauen. Die lassen hier den Hamster-Käfig offen. Und denen ist es völlig egal. Wir können hier machen, was wir wollen. Lass uns mal das Haus ein bisschen erkunden. Das war super. Was ist denn? Guck mal hier. Ich glaub, hier wohnt gar keiner mehr. Irgendwann wird es Nacht. Nein. Bist du Angst, dass die Katze kommt? Nein, nicht die Katze. Ja, die ist natürlich hier im Haus. Die sind nachtaktiv, oder? Ja, ja, ja. Die Katze sind jagen hier nachts, oder? Oh nein, jetzt müssen wir aufpassen. Dann sollten wir aber zurück in unser Käfig. Denkst du, wir sind sicherer im Käfig? Wir können auch hier hoch und uns da verstecken. Und währenddessen... Oh, hier ist so ein komisches Roblox-Gesicht, okay? Und uns dann noch eine Münze verdienen. Ich weiß nicht, was wir mit den Münzen kaufen können, aber ich denke... Ja, das ist eine Münze. Oh, wie cool. Warte, guck mal, da unten geht es irgendwo durch. Oh, warte, durch den Lüftungsschacht? In dem Lüftungsschacht sind wir sicher auch sicher. Ich wüsste nicht, welche Katze da reinkommt. Oh, alles okay? Achtung, fall nicht runter! Oh nein. Von her? Ja. Oh nein! Das ist der beste Ort der Welt. Das ist die Küche. Hier gibt es Essen. Wir sind quasi Ratatouille, nur als Hamster. Noch eine Münze. Guck mal hier. Äh, oh. Münze? Oh mein Gott, guck mal hier, Ronja. Ja. Hier ist das Katzenfutter. Oh nein, das heißt, die Katze kommt hier. Die Katzenfutter. Hier sind wir nicht sicher. Eine Münze, eine Münze hinter dem Katzenfutter. Was kann man von den Münzen kaufen? Jetzt mal ohne Quark. Keine Ahnung. Ich glaube, links kannst du Belohnungen holen. Oh, warte, warte. Lass mich mal schauen. Belohnungen. Heißt wie ein Hase, Mikrowelle selbst. Heißt das, ich muss mich in die Mikrowelle stecken und die anmachen? Das würde ich nur sehr ungern. Soll ich dich mal Mikrowellen? Komm, komm, komm mal, hier ist die Mikrowelle. Kein Problem. Oh, ja. Oh, komm. Komm rein, stimm. Aua, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Hier, du musst einmal zu mir kommen. Jetzt einmal auf. Ach komm, ich komm mit. Das klingt doch nach einem spaßigen Abenteuer. Na, warte, wir können nicht beide rein. Wir können von außen die Tür zu machen. Da, Tür. Aber die kriegen wir doch nie wieder auf. Doch, doch, kein Problem. Ähm, und jetzt starten. Ist das eine gute Idee, Izzy? Das ist keine gute Idee. Eine Minute müssen wir jetzt in die Mikrowelle werden. Stopp. Nein, wir konnten nicht raus. Nein, stopp. Oh mein Gott, lass mich raus. Aber Leute, steckt eure Hamster nicht in die Mikrowelle, okay? Das ist eine wichtige, wichtige Situation hier. Steckt auch sonst nichts in die Mikrowelle. Steckt auch sonst nichts in die Mikrowelle. Lass die Mikrowelle, die Mikrowelle sein. Wir sind auf jeden Fall jetzt frei. Muggelig warm. Und ich mach mal die Tür zu. Zack. Und ich werde vielleicht gleich duschen. Weil ich bin jetzt ein bisschen warm. Oh, da ist Käse unten. Schau mal. Oh, Käse. Oh, yeah. Oh, ich liebe Käse. Hier oben ist eine Hamstermünze. Ronja. Ich komm nicht mehr hoch. Warte mal, ich komm mal so halb hoch. Ich kann hier über die Bierflasche klettern, nämlich. Hab ich gerade gesehen. Zack, zack, zack. Oh, hier ist ein verschimmelter Burger. Das ist nicht so gut. Unsere Besitzer, denen ist es wohl schon immer völlig egal, was mit ihrem Haus passiert. Ronja, hier lang. Ja, ja, ich bin ja schon da. Oh, wie süß. Was bringt mir die Hamstermünze? Okay, wir waren doch eigentlich bei Belohnung. Heiß wie ein Hase. Haben wir jetzt gemacht. Kann ich drei Münzen beanspruchen. Fernspaß. Harry das Eichhörnchen. Finde Harry das Eichhörnchen. Oh, ich kann noch was machen. Aber meine Frage ist, was bringen mir die Hamstermünzen? Diese kann ich sammeln, dann kriege ich auch Münzen dafür. Guck mal, hier geht es nach draußen. Und Freiheit. Freiheit, die kann weglaufen. Okay. Mein Problem mit dem Weglaufen ist, draußen sind halt ganz viele Katzen. Bei uns im Haus ist nur eine. Und ich glaube, die ist auch gerade unterwegs. Also, wir sind hier recht sicher. Und keiner füttert uns draußen. Da müssen wir Körner essen. Uh, wir können vielleicht schaukeln. Oh, oh, lass uns mal in das Bauhaus gehen. Geht das? Okay, versuchen wir. Können wir hier klettern? Sind Hamster gute Kletterer? Hattest du mal einen Hamster so als Kind oder als Heranwachsende? Nee, hatte ich nie. Hatte ich nie. Eine Heranwachsende? Nein? Ich habe keinen Hamster. Ich schon, aber meine sind immer so schnell gestorben. Oh, nein. Wieso rennst du den Baum die ganze Zeit eigentlich hoch? Ich renne den nicht hoch. Du rennst ja bei mir noch hoch. Nein, du rennst ja bei mir hoch. Nein. Ich bin schon lange weg. Nein, nein, bist du nicht. Doch, hier ist ein Hamster mit uns im Garten. Hier steht Easy. Und du rennst den Baum hoch. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind wieder vereinte Hamster. Hier sind noch ganz viele andere Hamster. Guck mal, da ist noch ein Hamster sogar. Wir sind nicht mehr alleine. Wir sind nicht mehr alleine. Ich glaube, die haben neue Hamster gekauft. Endlich. Oh, die sieht süß aus. Guck mal, die hat so einen Hut auf. Ja, stimmt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Unter dem Rücherregal ist so ein kleiner Geheimgang. Echt? Folge mir. Oh, ich glaube, hier ist das Schlafzimmer. Nee, warte mal, wo bist du? Unten ist noch ein Hamster. Ich dachte, das wärst du. Nein, nein, nein. Ich bin hier. Ach, da. Okay, ich komme zu dir. Hier ist so ein kleiner Gang. Und dann, wenn man hier durchrennt, kommen wir nämlich in das Schlafzimmer. Oha. Aha. Ich kenne mich richtig aus hier im Haus. Hier ist nur Chaos. Hier muss mal jemand aufräumen. Oh, das stimmt. Hier lang. Oh, okay. Das Schuhregal. Und hier ist die oberen. Hier sind noch mehr Münzen. Zack. Wollt ihr die? Ist die jetzt weg? Ja. Ja, ja, die ist weg. Okay, wir können jetzt hier... Zu dunkel. Nein. Was? Ich hab ein bisschen Angst, dass irgendwann mal Katze kommt. Ich glaube, die ist halt hier. Die wohnt halt hier. Wir haben ja das Katzenfutter auch schon gefunden. Das heißt, die muss irgendwo sein. Das stimmt. Das stimmt. Lass uns mal eine Runde ins Klo gehen. Wie wär's? Eine Runde ins Klo gehen? Ja, das klingt perfekt. Das klingt auch nach einer spaßigen Aktivität so für einen schönen Nachmittag. Hallo. Wir gehen jetzt das Handschuh hoch. Hier ist... Oh, guck mal. Ich kann mich am Klopapier langhangeln. Klassische Situation macht man ja öfter. Und... Guck mal, ich kann spülen. Kann ich dich im Klo runterspülen? Das ist jetzt meine wichtige Frage. Ja, lass versuchen. Okay, warte mal. Spül mich mal. Oh! Was? Ich bin für beide hier. Ich bin gestürzt. Nein. Warte, 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 kommt einer ran? Nein. Doch, warte, warte, wenn ich meine Kamera ein bisschen ändere. Ich hab gespült. Oh! Ja! Ja, du hast mich runtergespült. Ja! Du dich auch? Oh, hier ist eine Hamster-Münze. Wir haben uns beide runtergespült. Okay, wir fehlen der Kanalisation. Okay. Oh, warte, guck mal. Das ist voll schnell. Ich bin der schnellste Hamster der Welt. Und wo geht's lang? Jo! Warum sind wir jetzt in der Kanalisation gefangen? Keine Ahnung. Hier ist... Lass uns mal nach rechts gehen. Bis hoher gehen. Hier ist irgendwie auch einfach so ein Brötchen, würde ich sagen. Äh, warte, wie lange geht das denn? Was ist denn das für eine Kanalisation? Da ist Graffiti an der Wand. Wer hat das denn gesprüht? Äh, links oder rechts? Was denkst du, wo wir hin müssen? Weiß nicht, vielleicht kommt man da raus. Guck mal. Ähm, hier rechts. Ja, 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 das sieht gut aus. Ja, ja, das sieht gut aus. Ich bin nicht sicher, ob wir da groß genug für sind. Hier hoch, meinst du? Ja, ja. Oh, ja, das sieht gut aus. Äh, da haben wir wenigstens noch ein Loch in der Decke. Und das wäre die Flucht. Oh, warte. Hier. Ich habe das Gefühl, ich bin voll viel besser. Oh, aber gewordene Jump'n'Rons, wollte ich gerade sagen, haben mich nicht runtergefallen. Ich nehme es zurück. Okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Wir sind frei. Endlich frei. Oh, richtig schön hier. Oh, so schön hier. Ja, keine Kassenschule. Oh, wir können in die Bar gehen. Da badet jemand, schau mal. Da ist jemand im Dings. Und der hat doch ein Auto. Richtig schön. Können wir als Hamster das Auto klauen? Ja oder nein? Was sagst du? Ja. Okay, sehr gut. Das gefällt mir. Ich meine, wahrscheinlich besser als der Hamsterball. Der Hamsterball macht mir noch nicht so viel Spaß. Komm, lass mich zum Auto. Schau mal vor, Junge. Das ist mir zwei Kleinhamster da jetzt im Auto sitzen. Und los, Marne. Und dann kommt die Polizei. Entschuldigung. Haben sie ihren Führerschein? Oh, es wird schon wieder dunkel. Aber ich habe keine Angst mehr. Hier ist die Waschmaschine. So, kann das Auto fahren? Wie kommen wir in das Auto? So viele Fragen, die man sich stellen muss im Hamsterleben. Oh, aber wir kommen in die Waschmaschine. Oh, wir kommen in die Waschmaschine. Juhu. Münze. Eine Münze. Was ist, wenn wir die Waschmaschine anmachen, geht das? Oh, hier sind einfach noch mehr Häuser, Ronja. Wieso sind... Ich meine, es ist eine Nachbarschaft. Es müssen ja viele Häuser da sein. Ja, richtig krass einfach, was hier alles ist. Ja, warte, warte, warte. Was ist das hier? Ne, das ist einfach nur was in der Schublade. Okay, ich dachte, ich habe hier einen großen Jackpot gemacht, aber habe ich gar nicht. Ich würde so gerne was Schönes von meinen Münzen kaufen. Aber ich weiß weder wie viele Münzen ich habe, noch was ich mir davon kaufen kann. Das ist ein sehr enttäuschender... Oh, guck, 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 guck. Wir können ganz viele Hamstermünzen im Schrank sammeln. Echt, mir? Müssen wir nur reinkommen, ne? Ja, das ist ja kein Problem für Einbrecher, Hamster wie uns. Wir haben es ja auch schon in das Haus geschafft. So, hier rechts geht es nicht rein. Ah ja. Zack, Hamster nach links. Okay, kein Problem. Ich mache hier mein kleines Slalom-Ding, sieh. Dann geht es Hamster nach hoch. Ich dachte, das wären Münzen. Das sind nur richtungsweise... Nein! Ich dachte, wir würden... Wir machen hier große Gewinne. Ach, schau mal, da kommt noch jemand mit uns im Haus. Oh, cool. Was hast du gekriegt? Eine Münze? Ich habe auch eine Münze gekriegt. Ein Teller, ein Glas, Hamster weiter hoch. Wenn wir jetzt nicht an das coolste Geheimnis kommen, was ich jemals gesehen habe, dann bin ich... Es ist schwer enttäuscht. Bin ich ehrlich. Dann wäre ich so enttäuscht wie sonst nie. Ja! Hier oben! Was ist da? Oh. Eine Hamstermünze. Eine Hamstermünze. Ja. Komm mal hierher. Aus dem Schrank raus. Okay, ja. Oh, ich bin voll gefedert. Ja. Guck mal, wo wir sind. Wo sind wir? Wir sind wieder zu Hause! Nein, ich dachte, wir sind geflohen. Hier waren wir doch schon. Und den Käse habe ich doch schon mal gekaut. Ich dachte, wir sind hier durch die Dachverschaffung, durch die Kanalisation gerannt, hochgeklettert und dann sowas. Nein! Mann. Oh, warte, 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 ich gehe jetzt raus. Komm mal mit. Diesmal können wir zu einem anderen Haus gehen, okay? Wir hauen diesmal wirklich auf. Guck mal durch den Zaun. Guck mal durch den Zaun. Oh, wir sind so fett. Ja, geht's lang. Hast du was? Ist hier ein Loch? Oh, kleiner Ausbrecher. Hier geht's lang. Mhm. Und dann können wir nämlich... Wir sind frei. ...gehen die Freiheit zu Mega-Washers. Wir müssen in die Waschmaschine hier. Und hier muss ich nämlich starten. Oh, kannst du dann starten? Und hier erstmal öffnen. Ja, ja, ich öffne. Okay, dann gehe ich gleich rein. Zeit remaining. Aber die ist gerade doch schon an. Ja, ja, du müsstest... Ich muss gleich neu starten. Okay. Dann gehe ich hier schon mal rein. Gleich. Sobald ich darf. Die Wäsche nehme ich gerade. Da, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich fühle mich auch ein bisschen, äh, bäh. Nachdem ich in der Kanalisation war. Vielleicht eine Runde waschen ist gar nicht... Gar nicht so schlecht. Warte mal. Oh nein, ich komme nicht rein. Hä? Warum bist du da nicht reingesprungen? Ich bin zu klein. Ich komme nicht hoch. Okay, warte, warte. Jetzt erstmal möchte ich den Sprung hier rein. Oh! Ich will... Ich will nicht gewaschen werden. Okay? Ich finde es doof. Oh, was ja. Ich kann nicht. Ich kann nicht easy. Ich bestelle mir lieber was im Snack-Automaten. Es ist dein Ernst? Ja. Ähm, eins. Ah. Chub. Uh, es gibt Chips. Soll ich dir auch was holen? Ich kann dir anbieten. Chips, Barbecue, Cheddar, Classic, Cool Ranch, Nacho, Cheese. Und noch irgendwas, was aussieht wie Fleisch. Oder ein Hexengetränk. Warte mal. Hier mit einem Hut drauf. Sieht doch auch lecker aus. Nom, 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 nom. Total. Unbedingt. Hier, bitteschön. Kein Ding. Habe ich gemacht für dich. Keine, keine, keine Sache. Oh, warte, warte, warte. Vielleicht kann ich damit in die Waschmaschine. Jetzt mal ohne Mist. Ich bin so, ich bin so schlau. Sehr smart. Oh mein Gott, ich bin der schlauste Hamster der Welt. Okay, wasch mich easy. Bereit? Ich bin bereit. Let's go. Let's go. Hallo. Hallo. Na, willst du? Na, wie darf ich da drin? Ich fühle mich schon viel sauberer. Das ist richtig super. Macht richtig Spaß auch. Oh, oh nein. Oh nein. Hilfe. Jetzt wird gespüßt. Nein. Ist du gut da drin? Nee, ein bisschen schwindelig. Es ist wie ein großes Hamsterrad, aber ohne dass ich selber laufe. Stopp. Ich hab extra heißen Wollwarschgang gemacht. Meine Füße werden ganz heiß. Wollwarschgang macht man kalt, oder? Wollwarschgang macht man kalt, ja. Ja, okay. Du merkst, ich kämpf mich nicht aus. Aha, aha, aha. Echt? Oh, das ist mein Füße. Oh nein. Nein, ich will frei sein. Ich laufe auch gleich ein. Ich will nicht kleiner sein als du. Lass mich raus. Das kann passieren. Oh, okay. Endlich Freiheit. Schöne Freiheit. Hm, du riechst gut. Sehr nach Sommerbrise und taufrisch. Ach, dankeschön. So, und jetzt kann ich mir nämlich, warte, diesen coolen Weihnachtsmannhut kaufen. Juhu. Und ist das nicht die größte Freude? Oh, der ist voll süß. Das sieht echt cool aus. So, das war's dann aber mit dieser Roblox-Feige. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch, da ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Wir machen ja so eine Art Hamster-Pyramide übrigens. Abonniert den Kanal, schaut bei Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.